Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Hard Baby Challenge und wir sind hier bei Melody und ja, wir sind, wir müssten eigentlich nochmal schwanger werden, deswegen gucken wir mal, wen wir dann dafür nutzen können. Wir laden Brand Hacking ein, weil mit dem haben wir auf jeden Fall noch nichts gehabt und ja, wir versuchen es einfach mal. Wir stellen uns natürlich bezaubernd vor, weil, wie könnte das anders sein? Uh, oh mein Gott, als ob das dazu gehört mit den, wie man halt den Body findet. I like it. Brands muss Skin anerkennen. Let's go. So, es geht in die richtige Richtung und der erste Kurs ist schon da. Juhu. Okay, ich kann Babymachen auswählen. Yes. So, dann mal eben einen Schwangerschaftstest machen. Verdammt, wir sind nicht der Lottogewinner. Okay, wir sind schwanger, das ist auch gut. Level 3, ich glaube, er ist dann durch, oder? Das ist mein Junge. Und sie können heute auch schon ausziehen wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr cool. Die Kids hier werden übrigens am Freitag gealtert. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt. Ja, ja. Yay. So, du bist Hundefreund und sozial. Und dich stecken wir in den Kreative Sim. Okay, er ist direkt zurück. Zweierstühler, das ist richtig gut. Und sie ist eins der Schülerinnen, wie ich schon gesagt hatte. Deswegen kann sie dann schön ausziehen. Jawollah. Der Kuchen ist einfach weg. Hä, ich habe den da eben reingestellt. Ich. Ähm. Gut. Dann machen wir halt eben einen neuen. So, und dir wünsche ich jetzt alles Gute zum Geburtstag. Ihh. Als ob sie jetzt nochmal gefurzt hat vorher. Ist das hier ernst? Was war das denn für ein Geräusch? Auf jeden Fall ist sie auch Hundefreundin. Warum kam dieses Geräusch? Was war das? Warum? Nee, Wlett. Nee. Bye. Bye, Bitch. Bye. Nein, 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 nein. Du machst jetzt keinen Selbsthältnis. Der möchte auch von deinen Babys. Nein. Oh mein Gott, diese Kinder stressen mich so komplett, ne? Bin ich froh, dass die dann gleich Kleinkinder werden, ey. So, und euch lasse ich jetzt älter werden. Hahaha. Tschüss, Kiddos. Tschüss. So, und was geht denn jetzt bei euch so? Ui. Du bist ein Charmeur. So, und bei dir? Was geht bei dir ab? Du bist auch ein Charmeur. Wow. Nein, du bist nicht traurig über deinen Körper. Nein. Ab in den Crate der Sim. So, und wie geht's mit dir? Dann begebt ihr euch mal direkt ans Lernen hier, ne? Ihr ins Badezimmer und verstießt die Tür, wenn du was hörst, renn! Warum schickt ihr mir mal diese SMS bei? Können wir darüber reden, dass das hier echt hübsch aussieht im Garten? Mit dem Laub und so? Ja, Level 8. Okay. Also mal Sport machen, würde ich behaupten. Sie freut sich schon wieder, dass sie einen Bauch hat. Oh. Imagine, du freust dich jedes Mal, wenn du schwanger wirst, dass du schwanger bist. Also ich meine, es ist ja, also... Also es ist ja schon irgendwie so, aber es ist jetzt ja nochmal eine andere Situation hier, ne? Aska, du guter. Du wirst auch noch gealtert. Aber den werde ich auch wieder... Oh mein Gott. Hört auf, den Kuchen immer an zu essen. Aber, also wie gesagt, ich werde Aska auf jeden Fall... Äh, dann privat wieder umstylen, weil wir nicht mehr die Zeit davon haben, leider. Aber, ja... Kann er bitte nicht schlafen gehen? Alles klar. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist ein Perfektionist. Der Kurator. Ja, jetzt kann ich da nichts mehr draufstecken. Toll. Ich könnte es ja wenigstens noch essen, aber... Vor allem können wir darüber reden, dass er genau dieselbe Frisur nochmal bekommen hat. Als Teenager. Also, wie wahrscheinlich ist denn das? Die ist richtig ready, hier Sport zu machen wieder, ne? Finde ich gut. Level 4. Nice. Dann wird der beim nächsten Schultag wahrscheinlich auch wieder altern können, eventuell. Ich würde aber sagen, das war es dann schon wieder... Dass dieser Part schon wieder brandaktuell, der kommt wieder genau dann hoch, wo ich es aufnehme. Was halt hardcore ist auf jeden Fall. Aber in letzter Zeit kriege ich es einfach nicht hören. Darfst du irgendwie vernünftig zu managen irgendwie. Deswegen mal gucken, ob ich das nächste Woche vielleicht besser einkriege. Ich glaube, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss! Tschüss!